16 Kinos, ein Film. Das ist das Konzept von Eine Stadt sieht einen Film. Dieses Jahr wird Fraktus gezeigt. Ich bin Jakob und ich nehme euch mit durch den Tag. Sie waren Deutschlands wichtigste Band. Erst Jahre später merkt man, was für einen Impact Fraktus hatten. Sie waren die musikalischen Vorbilder der 80er. Ich habe nie mehr wieder was von der Band gehört danach. Das soll sich jetzt ändern, denn ein Filmteam macht sich auf die Suche nach der geheimnisvollen Band. Der Plan? Eine Reunion von Fraktus. Siege ich zuerst, welchen Stellenwert hat Musik für dich? Ja, hör mal zu. Das ist meine Art von Musik. Tatsächlich gab es die Band in den 80ern nie. Sie ist eine Erfindung von Studio Braun. Piet Fuchs spielte im Film den Kameramann Vinny. Was hat dir gefallen an der Rolle in dem Film? Vinny? Ja. Ja, das Geile war natürlich einerseits zu improvisieren und gleichzeitig auch musikalisches Wissen einzusetzen und auch Kamera zu machen. Und dann noch bezahlt zu werden. Ich hätte es auch umsonst gemacht. Und meinst du, der Film passt besonders gut zu So eine Stadt sieht einen Film? Ich finde, der passt gut zu Hamburg. Wir haben ja vorhin die Drehtour gemacht, schön mit den Plattenspielern und so und sind an die Orte gegangen, da Rödingsmarkt, das Parkhaus, wo früher die Turbine war, so verschiedene Orte. Und ja, es sind halt auch Hamburger Jungs. Und ja, Hamburg ist auch eine Stadt, die durch Musik lebt, also die so einen musikalischen Geist hat und den man erhalten muss. Den musikalischen Geist belebt vor allem das Publikum, das den Tag über in die Kinos strömt. Warum sind Sie denn heute hier? Weil ich mir den Film gerne angucken möchte mit meiner Frau. Und was erwarten Sie so von dem Abend? Mal gucken. Also gute Musik und was über Hamburg zu sehen. Warum seid ihr heute hier? Weil wir Faktus sehen wollen. Wir haben ihn schon im Theater, im Thalier-Theater gesehen. Und jetzt wollen wir uns auch nochmal den Film anschauen, weil wir ja ganz begeistert waren. Naja, der Film wird ja nicht das erste Mal gezeigt, sondern wurde schon vor einigen Jahren gezeigt und da war es natürlich auch schon ein Highlight. Und das hat sich natürlich nicht geändert, weil die Geschichte dieser Band ist natürlich nach wie vor unvergleichbar. Bei einer Stadt sieht einen Film, läuft in den Kinos nicht nur der Film. Es gibt auch Bühnengespräche über die Vorgeschichte des Projekts und musikalische Einflüsse. Das ist Hamilton Bohanen. Kennt den jemand? Ein guter Disco-Musiker, der 40 Jahre lang immer denselben Riff gespielt hat. Und damit die Eintötigkeit von Techno vorweggenommen hat. Mal gucken, ob es läuft. Und dann kam Rocco nach der Szene zu mir. Sag mal, Olli, bin ich nicht mehr lustig oder was? Dann habe ich gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann, weil das schreckt sich aufs Bild nieder. Tschö, bis später. Tschö, bis später. Ich finde auch filmisch, dass oft ein musikalischer Grundgedanke und ein rhythmischer Gedanke ein guter Ausgangspunkt ist für einen Film. Und bei den dreien spürt man einfach so eine musikalische Energie. Und die ist dann in FRACTUS zusammengekommen. Dass der Film jetzt im Kino nicht so erfolgreich war, sondern die Band aber dafür immer ausverkauft war. Also da hat die Wirklichkeit die Fiktion dann eingeholt so ein bisschen. Wie die Fiktion die Wirklichkeit einholt, zeigt sich am Abend im Knust, nachdem die Gäste den Tag mit der Legende von FRACTUS verbracht haben. Also ich war heute Morgen schon bei der Filmtour mit dabei, bei der Drehortour. Und ja, irgendwie das alles so in einem Rutsch nochmal zu machen, mit live auch noch Auftritt, das ist einfach ein Happening. Ich finde das super. Naja, es hat so einen Eventcharakter. Also es ist ja jetzt ein ganzer Tag, den man so ein bisschen den Film lebt. Das finde ich schön. Und nun sagt herzlich willkommen zu FRACTUS! FRACTUS!